3, 2, 1, Activate! Aber noch nicht bewegungsunfähig, das heißt, der Kampfer geht weiter. Die Enigma setzt hier erneut zu. Und wenn jetzt die Waffe nicht mehr geht, wird das das Ausführmloch sein. Die Enigma setzt nochmal nach, sehr freundlich, und wir haben hier den anderen wieder richtig herum. Die Enigma macht das Rädern.